Wow! Was sie uns in der Schule beibringen, stimmt nicht wirklich. Und unsere Wahrnehmung spät uns streiche. Man muss sich wirklich fragen, wie sieht diese Realität aus, in der wir uns bewegen? Die moderne Physik behauptet, das sind alles nur Informationswellen. Glaub ich das? Na, ich hoffe mal. Und jetzt kommen wir zu einem Urvater des Quantenmysteriums, dem berüchtigten Doppelspaltexperiment. Um dieses Experiment zu verstehen, müssen wir uns zunächst ansehen, wie Teilchen oder kleine Gruppen von Materie sich verhalten. Wenn wir ein kleines Objekt, zum Beispiel eine Glaskugel, zufällig auf eine Projektionsfläche abfeuern, sehen wir hinten ein Muster an der Stelle, wo sie durch den Spalt schoss und aufgetroffen ist. So, wenn wir jetzt einen zweiten Spalt hinzufügen, würden wir erwarten, auch einen zweiten Streifen rechts daneben an der Wand zu sehen. Nun, lasst uns Lichtwellen ansehen. Die Wellen treffen auf den Spalt und strahlen auf die hintere Wand aus, mit einer Intensität, die dort am größten ist, wo sie direkt durch den Spalt zielen. Die Helligkeit des Streifens auf der hinteren Projektionsfläche zeigt diese Intensität an. Das ist in etwa mit den Streifen, den die Murmel verursacht, zu vergleichen. Aber, wenn wir einen zweiten Spalt hinzufügen, passiert etwas völlig anderes. Wenn das obere Ende eines Lichtstrahls das untere Ende eines anderen Strahls berührt, löschen sie sich gegenseitig aus. Also gibt es eine Überlagerung im Muster an der hinteren Wand. An der Stelle, wo die beiden Spitzen sich treffen, gibt es die höchste Intensität, die hellsten Linien. Und wo sie sich gegenseitig aufheben, ist gar nichts. So, wenn wir Dinge, das heißt also Materie, durch zwei Öffnungen feuern, sehen wir hinten auch zwei Streifen des Auftralls. Bei Wellen erhalten wir ein überlagertes Muster aus mehreren Streifen. Gut, soweit. Nun, auf zu den Quanten. Ein Elektron ist ein winziger Teil von Materie. Wie eine kleine Murmel. Lassen Sie uns einen Elektronenstrahl dort in den Spalt schießen. Er verhält sich genau wie die Murmel. Ein einziger Streifen. Wenn wir also diese kleinen Teilchen durch zwei Schlitze schießen, sollten wir, wie bei der Murmel, zwei Streifen bekommen. Was? Eine Interferenz des Musters, eine Überlagerung. Wir haben Elektronen abgefeuert, kleine Teilchen von Materie. Aber wir erhalten ein Wellenmuster, anders als bei den Murmeln. Wie das denn? Wie können Materieteilchen ein Interferenzmuster wie bei Wellen hervorrufen? Das ergibt keinen Sinn. Aber die Physiker sind clever. Sie dachten, vielleicht prallen die kleinen Elektronenkugeln aufeinander und verursachen dabei das Muster. Also schossen sie einzelne Elektronen nacheinander ab. Sodass sie nicht miteinander in Kontakt kommen konnten. Aber nach gut einer Stunde trat das gleiche Interferenzmuster auf. Die Schlussfolgerung daraus ist unausweichlich. Das einzelne Elektron macht sich als Teilchen auf den Weg, schießt durch beide Öffnungen, beeinflusst sich dabei selbst und trifft als Teilchen auf die Wand. Aber mathematisch gesehen ist das noch seltsamer. Es geht durch beide Spalten und durch keinen. Und es geht erst durch einen Spalt und dann durch den anderen. Alle diese Möglichkeiten stehen in Superposition zueinander. Aber die Physiker waren völlig verblüfft von dieser Entdeckung. Und so versuchten sie, einen Blick zu erhaschen, um festzustellen, durch welchen Schlitz es entschwunden war. Sie haben an einem der Schlitze ein Messgerät angebracht, um zu sehen, wo es durchgekommen war und ließen es fliegen. Aber die Welt der Quanten ist noch mysteriöser, als sie gedacht hatten. Als sie es beobachteten, verhielt sich das Elektron wieder wie eine kleine Murmel. Es produzierte ein Muster aus zwei Streifen und nicht das Interferenzmuster aus vielen Streifen. Der Akt des Messens an sich oder die Beobachtung des Vorgangs hatte zur Folge, dass es nur durch einen, nicht zwei Schlitze kam. Das Elektron entschied sich anders zu agieren, so als wüsste es, dass es beobachtet wird. Und es geschah hier, dass die Physiker für immer in die seltsame Welt der Quantenereignisse trafen. Was ist Materie? Sind es Murmeln oder Wellen? Und Wellen von was? Und was hat ein Beobachter mit all dem zu tun? Der Beobachter brachte die Wellenfunktion nur durch seine Beobachtung zum Kollabieren. Aber der Ururgroßvater des verrückten Quantenmysteriums ist das Prinzip der Verschränkung. Wenn die Zeitumkehr-Invarianz die Wahrnehmung von Zeit verzerrt, dann zerstört das Prinzip der Verschränkung unsere Vorstellung von Raum. Zwei Objekte, zwei Elektronen, die zusammenhängen, sind miteinander verschränkt. Schicken Sie eins auf die andere Seite des Universums. Tun Sie etwas mit dem einen und das andere reagiert augenblicklich. Sofort. Also, entweder wird die Information mit Lichtgeschwindigkeit übertragen, oder Sie sind in Wirklichkeit immer noch miteinander verbunden. Sie sind miteinander verschränkt. Und, da alles auch miteinander verschränkt war, als der Urknall passierte, bedeutet das, dass alles immer noch miteinander verbunden ist. Raum ist nur eine Konstruktion, die die Illusion vermittelt, dass es voneinander getrennte Objekte gibt. Sind wir schon tief genug, Gemüsterium? Raum ist nur eine Konstruktion.